Liebe Freunde, es gibt einen Ort, den ich besuche, wenn ich eine besondere Art von Urlaub machen möchte. Dieser Ort sind die Mayrhofener Berge. Hier bin ich in meinem Element, verbunden mit der Natur, mit Freunden und auch mit meiner Familie. Hier ist es wunderschön. Ich genieße die prächtige Aussicht und werde gleichsam ein Teil von mir. Es ist die Freundschaft zum Berg, die mir Kraft und Erholung gibt. Die Mayrhofener Berge sind für mich ein ganz besonderer Ort.